Was sagst du denn? Ist das gut geworden? Die Wasserwaage haben wir drüber gehalten. Wir hatten ein klein bisschen Gefälle. Was? Die Wasserwaage eiert? Wir haben auch nicht deine gehabt. Guck mal, eine ganz lange. Da hinten liegt die. Kannst du sehen, die blaue. Da. 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 Bleib mal ein bisschen hier.